Na, endlich mal eine gescheite, gute Nummer bei der Folge. Bisher sozusagen war ja nichts Tolles dabei, wo man jetzt gesagt hat, ey, das war cool. Das Pony war echt gut, also da hat er richtig sich die Seele aus dem Leib gesungen. Kann man gar nicht meckern. Wobei, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass er mit Autotune ein bisschen nachgebessert wurde, aber es klang jetzt nicht so, dass sozusagen da schlecht nachgebessert wurde. Also, es muss sich ja noch sozusagen, wenn er schief gesungen hat, im Rahmen bewegt haben, dass man da mit Autotune so nachbessern konnte, dass es nicht grauenvoll klingt. War auf jeden Fall echt gute Leistung, aber wo ist der Rap-Part? Da war noch ein Rap-Part angekündigt, ich hätte sehr gerne den Rap-Part gehört. Das fand ich eigentlich eher das Interessante. Aber war bis jetzt die erste gute Nummer in der ganzen Folge. Seine Bilder hat er ja ein bisschen versaut gehabt, da ist er sozusagen in die Stimmfarbe nicht richtig reingekommen. Und hatte dann auch einige schiefe Töne. Gut, dass er so ordentlich gebettelt hat, er war ja richtig resolut, gut, aber nicht zu weinerlich heulerisch beim Betteln. Ja, die erste gute Nummer in der Folge, muss ich sagen.